Ich dachte immer, Babys schlafen sehr viel. Offensichtlich auch eine der Lügen dieser Regierung. Man kann niemandem mehr trauen. Aber wenigstens ist er ruhig. Er hat keine Kraft mehr. Und was sagt das Buch? Nichts, was wir nicht schon versucht hätten. Und bei dir? Es geht. Die Van Luwens haben Geld wie Heu und damit bestimmt auch eine Menge Feinde. Und ein paar davon werden auch schon tot sein. Es fing an, als der erste Van Luwen starb. Martha's Ehemann. Diese Zeit musst du dir ansehen. Was hast du getan? Gar nichts, wirklich. Tu was, Pru. Okay. Ja. Ich weiß was. Ich weiß was. Ist ja gut. Ist ja schon gut. Na, du hast du... Ja, doch. Okay. Sieh dir das an. Hoffentlich erinnert er sich nicht daran, wenn er älter ist. Was soll's? Wenigstens funktioniert es. Es gefällt ihm. Oh, das ist echt so. Nein. Oh nein. Das halte ich nicht auf. Oh nein. Oh nein. Oh nein.